Einen wunderschönen guten Tag und moin moin. So, dann wollen wir mal weitermachen hier. Den annehmen, ich will noch mal schnell wieder machen. Dann fangen wir an zu flühen über uns. So, das haben wir letztes Mal ja nicht geschnimpft. Äh, gut, dann machen wir mal so ein bisschen noch Kohle machen. So, dann fangen wir mal an zu flühen. So, dann fangen wir mal an zu flühen. So, dann schauen wir mal, ob wir gleich noch 1, 2 auf 10 Minuten machen. Wäre ja auch nicht schlecht. So, dann fangen wir mal an zu flühen. So, dass wir rauche ein bisschen länger an zu flühen. So, dann f Почему die aus? Quindi our haben Angst hier weine einen Ultimately. So, Aufträge, was haben wir denn hier, Ballenkuss, Ballenkuss, Lingen, Ernten, Ernten könnten wir auch noch andere Spiele, ja, das wird doch noch, oh, krühen, da sind ordentlich Aufträge jetzt wieder dazu gekommen, fällt 97, mal gucken, groß fällt, das fällt hier, 30, das große Stücke, hm, wir könnten ja rein theoretisch ein Beschlupfen, aber sind ja richtig, frühen ja nur, nur Stück auch, äh, so, Ernten, da ist Mais drauf, so, 111, was ist das jetzt hier, so, alle da, müssen wir mal schauen, jetzt muss ich mal gucken, mal wissen, ob ich China bin, schauen wir mal hier an, aber da ist ja auch noch was dran, 250, da sind wir, glaub ich mal, da war noch, in Producation, nein, die So alles ist schon Sojakuhn. Ein bisschen gut. Dünner, ne es hat gut. Ja, aber dann müssen wir erstmal, bevor wir dann die Handelprozesse gehen, ähm, könnten wir dann erstmal ein bisschen, ein bisschen prozettiven, hat sich den ja schon gewagt kommen. Warte, ich hab jetzt getrunken. So, gucken wir mal. Ich wollte mal die Saatmaschine mal schlagen. Und mal Seemaschine. So, entspannend. So, ich weiß, sie sind nervinhos und ich will ja auch mal rein. Und dann würde ich nur mal etwas wenigstens die Saatmaschine die wohnen und die 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 Das ist die Aufmerksamkeit. Schlachtbahn, ich muss mal ein bisschen was anbauen, davon. Lachen. Und dann verkaufen. Hier lassen wir unseren Video auch mal aufzahlen. Das heißt, wir machen uns. Und hier. Jetzt zieht es eben nur absammeln und passt auf die Aufwand. Und jetzt zieht es eben nur absammeln. Hier müssen wir mal schauen, dass wir das immer alles hinkriegen. Ich muss jetzt noch ein paar Ernten machen bis Dezember. Bis wir den Dezember ohne Wasser verbrochen haben. Ich lasse wieder zwei, drei Ernten machen. Ich lasse wieder einmal. Ich lasse wieder einmal. Ich lasse wieder einmal schauen. Ich lasse mal. Ich lasse wieder einmal. 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 Ja, die haben wir. Ich lasse wieder einmal. 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 oder anderthalb Stunden, real life, dann könnte er dann da, oder, wir machen 2 oder 3 kleinere Aufträge und alles, aber auch mit legaler Mikrofahler, seit 97 und dann kriegen wir die nämlich schon knapp 80.000 90, also wir sind auf 90, die arbeiten, oder flügen. Das passt wieder ein bisschen, dass wir so die Sachen schon gelb machen. 3 äh Wir machen das hier. Und hier ist der Ölge. 809, das könnten wir auch noch machen, ne, da sind wir auch noch mal mit 50.000, 60.000. Aber wir warten erstmal ab, erstmal das eine Feld. Schauen wir mal weiter. Was ist, ich wollte noch einstellen. 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 Das hat nämlich eingestellt. Was ist, ich wollte noch einstellen. 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 Ich wollte noch einstellen. Ich wollte noch einstellen. 11% schon. Was siehst du? Mal abschreiten, wenn man die gestift hätte. Die Saat ist schon wieder erledigt. Sehr schön. Ja, Radpip. Und gleich zwei Gebrütener, wenn da vorne gebrüten ist. Ach, schaut mal her. Da haben wir ja ein bisschen Wolle. 50 Liter Wolle. Ja, jäi. Uuuu! Das ist noch sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, wir werden hier mal sehen. Warte, machen wir schon mal vor, jeden Tag. Der Grundwagen wird heute angeguckt. Der Garten muss ja auch noch heute. Ich sag noch mal nach. Ja, ich schaue ein bisschen laut, behaart. Ja. Das macht noch was zu tun. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst ein Abo da. Lasst einen netten Kommentar da. Däumchen natürlich nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.